Hallo liebe Papageienfreunde, Mira und ich haben ein neues Spielzeug, das wir total cool finden. Schaut mal, ist das nicht süß, Mira? Ist das nett? Guck mal, kann man umdrehen, dann sieht das so nicht so von hinten aus. Oh, ganz fein, ne? Das kann man nämlich alles kaputt machen. Da sind so kleine Löffel drin, hier ist eine kleine Tüte drin, da kann man irgendwas hübsches reinstecken. Hier oben auch, wieder alles zum Gefüllen. Auch das, was vielleicht die Papageien mal so ein bisschen kaputt machen, kann man wieder oben reinstecken. Damit ganz, ganz viel Liebe geknotet ist, alles hier aus deutscher Produktion. Ist das nicht süß zum Zerlegen? Und, das haben wir auch noch in klein, ja, guck mal. Ist das nett? Da sieht es ziemlich genauso aus. Auch so eine kleine Tüte, wo man was reinstecken kann, so ein Überraschungsbeutel. Und man kann es eigentlich, so wie Mira das jetzt macht, auch hervorragend kaputt machen. Also, das Spielzeug hat bestanden, es geht kaputt, ne? Ach du, das war eine Nummer, ja. Und Mira? Cool, supi! Wir haben wieder einenen großen Tüte. Puh! Tüte! 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 2 Ja, das war's! Da sind meine lieferische Tüte. Das war's!